So, dann fassen wir unsere Klonhorde zusammen in 6er-Trupps. So, erste Klonhorde. Zweite Klonhorde. Wie ihr befehlt. Ja. Habt ihr etwas schon wieder? Meine Güte, ihr seid wahnsinnig. Hier habt ihr Schwefel. Viel Spaß damit. Das kann ich. So, da haben wir hier die dritte Klonhorde. So soll es sein. 18, wir haben 20 Trupps am Lästen schützen. Die Scharfschützen. Plus die beiden, die gerade nichts zu tun haben. Das sind die fünfte Truppe. Es ist Zahltag. Dein Schankwild ist traurig, weil die Steuern zu hoch sind. All unsere Schwertkämpfer. Haben wir noch eine Gruppe 6? Nein, wir haben keine Gruppe 6 mehr. All unsere Schwertkämpfer sind Gruppe 6. So soll es sein. Tja. Ich tue mein Bestes. Ich finde, das ist absolut legitim. Erstmal ein bisschen beten. Was passiert, wenn wir die Steuern gerade auf Normal setzen? Ah. Wir werden nicht sehr viel reicher. Es existiert keine Armee 4. Auf eine Armee 5. Warum ist das der Fall? Eins, zwei, drei. Was wir machen? Die Scharfschätze zur Armee 4. Wir haben hier drei. Drei Überreste. Hä? Irgendwas nicht richtig. Eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf. Aber wo kommst du her? Was machst du? Gut, dann verteilen wir. Dann machen wir sieben Artrupps draus. Alle Rohstoffe ist schützen. Alle Rohstoffe ist schützen. Borde 1 plus ihr ist Borde 1. Borde 2 plus der da ist Borde 2. Borde 3 plus der da ist Armee 3. Eins, zwei, drei, vier. Und was zu Gruppe 6 war, wird zu Gruppe 5. Und die Diebe werden zu Gruppe 6. Und Pilgrim steht hier rum und fragt sich eigentlich, was er mit seinem Leben falsch gemacht hat. Dass er jetzt hier steht. Aber ich würde sagen, alles richtig gemacht. Fahne noch ja an. Nein, ich bin nicht der Fünf. F6. Jetzt geht es los. Pilgrim, gehen wir die Leute provozieren. Dann schauen wir mal kurz, wo die herkommen. Wenn die hierher kommen, hat sich das Problem sehr schnell gelöst. Noch ist niemand wütend auf uns. Dann schicken wir Gruppe 6 los. Für sie existiert noch? Ach und ihr habt schon wieder nichts mehr zu tun. Meine Güte. Na gut, wir brauchen euch aber noch. Hauptsächlich, weil wir euch nicht neu rekrutieren können. Wenn ihr Tod umfällt. Okay, wir schicken den Kundschafter los. Was machen wir noch den Kundschafter da? Und den hier. Du bist ja derselbe Kundschafter, kommst hier rüber. Ich meine, was will unsere Armee denn bitte aufhalten? Wir haben den Berg überquert. Seid ihr jetzt wütend? Nein. Ich glaube, wir müssen explizit sogar da untergehen. Damit die wütend werden. Sieht durch mein Fernglas. Da ist der Motte. Hör auf zu weinen. Gerne. Wie stark kann der Widerstand, den wir uns entgegensetzen wollen, schon sein? Für euch doch immer. Schwere Reiterorde incoming. Ja. Ja. Gruppe 6, komm her. Gerne. Sieht durch mein Fernglas. Gebt ihr schon mal Wir speichern noch ein einziges Mal Und dann schicken wir die Diebe einfach mal ganz kurz Direkt zur Motte Wir können die dann beseitigen Sobald die Gegner uns böse werden Und dann Dann geht das schon alles Jetzt sind jetzt die wütend Ihr werdet angegriffen Und der Tag läuft wirklich nicht so Wie sie sich den vorgestellt haben Okay, ich verstehe F7, kurz mal laden Da kommt also was rausgeschissen Weil das passiert Wenn wir die Diebe da runter schicken Passiert das dann? Oder müssen die es wirklich hier betreten Damit wir in deren Gebiet gelten Als ob es für uns einen Unterschied machen würde 1, 2, 3 Gruppe 4 hält sich ein bisschen in Reserve Gruppe 5 hält sich ein bisschen in Reserve Helium kommt mit Ura anmachen Für den Volk des Deus beten Und steuern noch mal Weil wir uns damit rumprügeln möchten Während wir halt gerade im Krieg sind Wir haben aber echt kaum Platz Um Diebe durchzuschmuggeln Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern Jawohl Ich könnte schwören Ich habe gerade eine Elfe gesehen 1, 2, 3 Aber sicher doch Kurz betreten Und es geht los Sieht her Gruppe 4 Sie werden einfach vernichtet Gruppe 5 Ja ihr müsst euch damit befassen Wo ist Pelgrim eigentlich? Das könnte ein bisschen lauter werden Kümmere dich darum Wenn ihr meint Da steht sie schon Keine Angst Ich verstehe was davon Am die 3 ist am unangenehm Könnte ich kurz mal Das Zelt haben bereits Sehr nett Hält aber gut schon das Zelt Ich glaube wir schießen nicht Für genügend Pfeile da rein Wie geht es Ami 5? Ganz gut Angemessen der Umstände Kommt hier rüber Wir verlieren gerade den ersten Hauptmann Zielen wir ihn zurück Wenn er es schafft Sich zu bewegen Ami 3 ist Ami 3 die Pirate Am stärksten ist Das Zelt ist weg Gut Wir müssen in die Motto Ich tue mein Bestes Ich tue mein Bestes Ihr werdet angegriffen Es ist Zeit Kommt nochmal ein endloser Strom an Gegner Da kriegen wir unsere Diebe niemals durchgeschmuggelt Das ist ein Problem Zu Flankpässe Vielleicht können wir mal zurückziehen Erste Armee geht es gut Zweiter Armee Ja gut Die leiden gerade alle ein bisschen Nur Mut Wir werden siegen Aber wir können nie im Leben so weit schießen Wir müssen da durchdringen Wir müssen versuchen Bis hier vorzudringen Na gut Das würden uns ein paar Truppen kosten Da durchzukommen Wir müssen da durchdringen So Unsere restlichen Truppen werden versuchen ein bisschen Deckung zu geben Gruppe 50 ist ganz zurück Nachkämpfer haben wir in diesem Gebiet nicht Probleme Aber was hier gerade ankommt für eine Horde. Für ein endloser Strom. Wir müssen durch. Wir haben keiner... Wie kommen diese scheiß Horden hier durch in den engen Stellen? Gruppe 0. Wir brauchen... Ja, Kanonen werden super, aber für das erste reichen zwei Türme hier. Ich weiß nicht, was machen wir anders. Warum sollten wir Truppen verschwinden, wenn wir kurz mal ein Quick-Loud machen können? Aha! Warum sollten wir hoffenweise Truppen verschwinden, wenn wir Gruppe 0 hier rüberschicken können? Um hier ein paar Kanonentümer hinzupflastern. Das Ganze für uns schön geklärt behalten. Die Diebe bekommen wir leider nicht durch. Das ist ein Problem. Da macht man nichts. Wo sind unsere Armee eigentlich gerade? Ah, die steht ganz nah, wir stehen noch hier. Jawohl! Irgendwie müssen wir zu dieser Motte durchkommen. Das ist natürlich schwierig, weil währenddauernd von irgendwelchen feinlichen Truppen blockiert werden. Deswegen sind die Kanonentürme wichtig, damit diese Truppen da nicht mehr lange sind. Die Diebe werden leider sofort erkannt und die haben auch keine Möglichkeit, da auszuweichen. Weil ein durchgehender Strom an Gegnern rauskommt. Deswegen sind diese Kanonentürme so ziemlich unsere einzigen Möglichkeit, die Gegner so schnell auszuschalten, dass wir wirklich durchbrechen können. Um uns dann hier niederzulassen. Wenn wir hier sind, dann können wir von da aus vermutlich noch weiter vorstoßen. Kein Problem. Hier ein Kanonentürme zu setzen würde nur unsere eigenen Truppen blockieren. Deswegen machen wir das nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wenn Kanonen nicht möglich sind, dann sind Kanonentürme möglich. Gehen wir doch erstmal kurz mal da oben das Gebiet abschicken. Vielleicht gibt es auch ein Terrasse. Quick Save. Wir bräuchten auch irgendwo Platz für einen Marktplatz, damit wir diese ganzen... Die zahllosen Haufen Holz loswerden können, die wir haben. Ich hab getan, was ihr wolltet. Gut. Jawoll! Gut. Ausbau vollbracht. Nichts? Gar nichts? Na gut, das ist ein sehr schönes Detail hier alles. Ja? Irgendwie hab ich jetzt damit gerechnet, dass hier irgendwas wäre. Wie ihr wünscht. Das Gebäude ist ausgeboten. Für Pilgern brauchen wir auf jeden Fall an der Front. Und wir versuchen immer, dass er diesmal nicht stirbt. Nicht so schnell zumindest. Natürlich. Hier kommt noch ein weiterer Turm hin. Gruppe 4 kommt direkt zwischen die Türme. Das Gebäude ist ausgeboten. Pilgrim. Oh, ich dachte schon, das wäre jetzt geträgert worden, weil Pilgrim kurz mal da runterlandeckt. Gut. Und B, ich sag doch mal, dass die Steuern sich doch vielleicht mal in der Zukunft senken könnten. Das passiert dann auch mal, weil ich Ruhe vor euch irgendein Ding packt brauche. Gruppe 0 kann ich hier ein bisschen zurückziehen. Wir machen noch ein Quicksave. Wir verbessern außerdem unsere Schwertkämpfe noch ein bisschen, damit die mehr aushalten. Ausbau hat der Schuss. Wir werden beinahe entfallen. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass Katargo vernichtet werden sollte. Ähm, ja, gut. Macht hinne. Außerdem, sollten wir alles erforschen. Eine neue Technologie ist... So, Kettenhemd, das ist ganz wichtig. Denn egal, wie scharf dein Schwert ist, du schneidest nicht durch ein Kettenhemd durch. Das passiert einfach nicht. Hier, eine Stadtwache. Jetzt werden eigentlich wieder die... Eine neue... Jetzt ist ja die Ziegelhütte natürlich sehr angenehm gewesen. Oder die, äh... Der Steinmetz. Außerdem könnten wir euch irgendein Ding pack mal kurz sagen, hier. Natürlich. Also, da ist gerade ein bisschen was frei. Okay, hol euch das. Hol's eins. Und hier, damit Leibangängen nicht so schnell sterben. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Nicht, dass es einen großartigen Unterschied für die machen wird. Es ist zahlbar. Die sterben trotzdem, wie die Fliegen. Und so hätten wir das ganze Gebiet hier die ganze Zeit schon ausbildern können. Wir hätten einfach nur nicht diese Schwelle hier übertreten dürfen. Das ist nett. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Sieht durch mein Fernglas. Ich denke, mit Hilfe des Kanonentums werden wir in der Lage sein. Oder der vier Kanonentumme. Werden wir schon irgendwie in der Lage sein, die geschwemm... Die ganzen... Angeschwemmten Wellen an Gegnern zu beseitigen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Soweit, so perfekt. Quick Save. Oh, da kommt diese Leib-Eigenen-Horde an. Da gibt's doch Ressourcen. Schnell, lasst uns alle plündern. Ich werde Gruppe 90 langweilt. Eine neue Technologie ist... So, Eisengießen. Truppen in Position. Eins, zwei, drei. Armee vier steht da oben noch, um das Zeltdreck auszuschalten. Armee fünf können wir sogar hier noch hinstellen. So, hier so hinstellen, Pilgrim, kommt auch hier so hin. Und es kann losgehen. Auf, auf. Ja, seid ihr wütend. Armee vier, Zelt. Zelt weg. Armee eins, Zelt. Armee fünf, zurückhalten. Schönen, schön bei uns im Karonentrück bleiben. Eine neue Technologie erforscht.